Heldentum ist nicht allein Männersache. Zufall, Mut und Entschlossenheit spielen dabei eine wichtige Rolle. Fünf Frauen geraten in die Wirren ihrer Zeit. Fünf Frauen, die mit ihren Stärken und Schwächen dem Schicksal entgegentreten. Würden Sie gerne den Dienst wieder aufnehmen? Ich bin nicht hergekommen, um Verletzte zu pflegen. Sie sollen jemanden evakuieren. Hat das etwas mit der Invasion zu tun? Genau das dürfen die Nazis auf keinen Fall erfahren. Haben Sie schon einmal von Oberst Heinrich gehört? Herr Leber! Dieser Mann gehört zum Nachrichtendienst der SS. Sie werden fünf Frauen sein unter dem Kommando von Pierre. Wenn die Gestapo euch festnimmt, müsst ihr 48 Stunden durchhalten, ohne etwas zu verraten. Und wenn man uns foltert? Denkt immer daran, zu früh zu sprechen, bedeutet die anderen zu opfern. 20 Sekunden! Als letzten Ausweg zerbeißt das. Schnell! Das Gift wirkt in fünf Minuten. Dann rufen wir an! Wir müssen Heinrich ausschalten. Wir haben nur die Chance, ihn in Paris zu erwischen. Es war nie die Rede von Paris. Lass sie gehen. Wir fahren alle zusammen nach Paris. Ohne Ausnahme. Pierre wurde festgenommen. Von jetzt an kennen wir uns nicht mehr. Wenn der Krieg zu Ende ist, sind wir doch wieder Nutten oder Dienstmädchen. Das ist die Mission, ich soll mit Heinrich ins Bett gehen? Ihr seid wirklich der letzte Dreck. Mit Männern hättet ihr das nie gemacht. Alle wollen mich suchen! Geh völlig normal. Geh völlig normal. Voigt im Auftrag aus Vielen Dank.